Fluch von Novgorod. Willst du es wirklich wagen? Kommt ihr von draußen? Na klar, also dann erst einmal willkommen in Novgorod. Ihr Glücklichen habt den Weg geschafft, ich leider nicht. Keine Angst, ich will euch nicht verunsichern. Im Gegenteil, hier seid ihr sicher, hier innerhalb des Krönes. Über den Mauern und Dächern von Novgorod wacht Rüdigs Geist. Hier seid ihr unter seinem Schutten dunkler Geist aus alten Zeiten. Einst von Fürsten Rüdig gejagt, in mir richtet und den Tränen überlastet. Doch ich bin...